Hallöchen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Hier ist euer Berliner mit der nächsten Version The Division, oder nächsten Folge, zusammen mit dem Saxen. Jo, halli, hallo. Heute geht's wieder los, nachdem wir ein paar Einzelspieler-Missionen gemacht haben, machen wir vielleicht noch ein paar Einzelspieler-Missionen, mal gucken. Mit mir stimmt was nicht. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Könnt ihr mal reinschauen, ob ihr die auch sehen wollt. Was sie auch brauchen. Ich hab's. Und dann können wir ja immer noch gucken, ob wir die machen und dann nach euch dann gehen halt. So, wie gesagt, ich stehe draußen vor der Türe und stehe mir die Füße am Bauch. Ich guck mal schon mal mit einer Karte, was man machen könnte. Jetzt sind wir 7, ne? Ja, guck schon mal, was wir schießen können. Wollen wir Nebeneinsätze machen? Oh, Schäppchen, da draußen läuft eine kaltblütige Mörderin rum. Die Mörderin. Eine gewisse Michelle Mason. Ich soll dich wohl bitten, ihr das Handwerk zu legen, aber du musst mir versprechen vorsichtig zu sein. Ich lade ihre letzte Position hoch, aber du kannst nicht sagen, ich hätte dich nicht gewarnt. Ne, da gibt's auch eine Waffe als Blaupause. Ah, nice. Ich mach mir nur zwei Kinderwaffen, weißt du, mit Blaupause und erst später. Ich bin nicht die Gefahr. Ich sammle erst mal die ganze Mist. Oh, ich hab schon mal Schluck. Ah, es lohnt, denke ich nicht. Da denkt jemand an mich und knutscht einen anderen. Entschuldigung. Ah, passiert. Ich mein ja auch nicht dich, ich mein ja meine Kunden oder Zuschauer. Aber du denkst, es ist mir in dem Moment egal, du kennst mich doch. Die haben wir gar nicht aufgeräumt diesmal, was? Wie bei der Beta. Nee. Komisch, oder? Na gut, dann gehen wir mal rüber. Ja, sieh an, sieh an. Ah ja, hier gibt's da was zu Moschinen. Komm, sieh, Mann. Eigentlich sollen sie uns doch helfen. Nimm mit. Ich glaub, das was das mit den Lipskirchen. Ja, mit dem Lipskirchen. Teilen sie es sich rein, okay? Alter, mein. Ich hab alles, du. Das Essen gehört jetzt uns. Lasst alle Sprecher uns jetzt, sodass ihr Land gerinnt. Ich bin ein fairer Mitarbeiter, kritischer Zustand. Sag das ein, als nächstes geht's zum Garten. So. Ja. Oh, hier hab ich irgendwas. Ich hab irgendwas, sterben. Mag scannen mal. In dem Laden drin. Stimmt. Hast du recht. Ich nehm dir den linken, ja, im Fenster. Ach, du. Ich schaff's mir jetzt. Lasst jetzt nicht nur noch auf. Wir haben Alex. Das war's schon. Ich hab's schon. Schieß, bis die tot sind. Ich tue das nicht. Ich tue das nicht. Bleib unten. Ach, ich liebe dieses Gewehr. Kommt noch was, ne? Können das sein? Ja, hier. Schon tot? Nee, hier an der Seitenstraße will ich noch stärken. Ja, ich bin sie schon auf der Karte gerade. Na los, die dummen Rindungen waren alle. Da oben steht er wieder. Wie bei der Beta. Du musst ja nicht schießen, der ist schon tot. Boah, doppelt hält besser. Du hast doch wieder recht. Jo, dann werden wir mal einen Schock gehen, ne? Da ist er nicht tot, da ist er Töter als tot. Töter als Töd. Oder Töter als tot. Eben. Du nun wieder. Oh, die finden ja schon. Ja klar. Wo wäre ich welche? Wieder die auf der Straße, ne? Nee, ich glaube hier war irgendwo ein Park oder sowas. Keine Ahnung. Aber ich glaube es war nur... Da geht sie da hoch. Guck mal. Da waren wir schon. Hm, hier ist aber alles sauber. Ja, gib dir mal was. Oh. Für diesen Sägen werden sie zehnfach entschädigt. Schülchen hat er mir gegeben. Ich denke dran, die Schränke, die dann hier rumstehen, kannst du auch untersuchen? Ja. Du siehst ja schick aus. Ach scheiße, ach ja je. So, dann sind wir gleich da. Das sieht schon geil aus alles, ey. Oh ja. Das sieht schon echt cool aus. Ich frage mich, wann das hier genau passiert ist alles. Weil ich finde es immer lustig, dass manche Autos noch Licht anhaben. Ich frage mich, wie viele auch das hier. Wissen Sie, wie ich meine? Äh, ja. Oder hinten ist ein Hund. Guck mal, süß. Ach Mann. Was denn? Den wollte ich mir als Haustier halten. Jo. Kannst du ja machen. Deine Katze dankt es dir. Da sind wieder die Gegner drüben gewesen. Oder sind die jetzt in der Beta nicht mehr hier? Ach, hier musst du mal durch, genau. Ja, genau da rein. Michelle Mason. Was ist denn da vorne? Schöne Mason am Arsch. Wann sind wir denn immer so weit vor? Keiner kommt hier leben draus. Ich glaube den habe ich in die Uniuwelen geschossen. Was sie hier nicht mehr gemacht haben? Niedergeknüppelt. Klöten, weggeweichert. Ja, erst mal dritte und weggeknüppelt habe ich. Aber da war wieder Zeug. Ja. Es war nur grau, aber es macht wie so Stoff. Hat auch was. Ja. Hier wieder Munition. Was ist denn da? Was ist denn da? Haltet euch nicht zurück! Widerstandsfähig der Mann. Schaltet die alle aus! Na komm, streck deine Rübe raus. Da war die Rübe. Ja. Ja, die Olle. Lass die erst mal runterkommen. Irgendwas zeigt der mal bei dir an. Hat dir holfen. Ja, dann lass uns mal gehen zu ihr. Und sie uns nieder mitziehen. Ja. Die Doku schießt schon noch nicht. Können die nicht warten, bis ich erst mal gelootet habe hier? Ja. Falscher. Warte, vielleicht gibt's einen großen Rums. Dann ist er erst mal irritiert. Jetzt. Wieso macht... Achso, eben war zu hin. Ah, es war jetzt zu spät. Haha, das wäre so lustig gewesen. Oh mein Gott! Oh, ich bin falsch gelaufen. Ich bin falsch gelaufen. Mach erst mal. Falsche Seite Deckung. Oh, weg hier. Ja. Wir haben gehört, dass du alles nötige gefunden hast. Prima. Ich hoffe, du hast keine Blutflecken auf der Ausrüstung. Die kriegt man nur ganz schwer wieder raus. Waffenteile. Blutflecken auf der Ausrüstung? Na klar, die kriegt man ganz schwer raus. Da hast du recht. Aber es gibt ja auch ein Wundermittel. Was? Oxyreiniger? Ne, wie heißt die andere Firma? Da gibt's ja noch eine Firma. Die gibt's in drei verschiedenen Farmen. Oh. So eine Flaschen. Ja, genau. Wenisch. Ja, tut mir leid Leute. Produktplatz hier oben. Geil. Äh, aber ging das Zeug nicht auch mit raus? Klasse U-Bahn? Seit wann ist denn hier eine U-Bahn? Mal gucken gehen. Okay. Nice. Ich glaube, das war aber oberirdisch. Hier unten ist unterirdisch. Äh, die Mission? Nee, ich guck gerade hier, was hier unten los ist. Koffer. Mal hören, was jetzt kommt. Sagst Rachel, deine Nachricht spricht sich nicht von selbst. Hi Rachel. Will nur mal horchen, ob alles okay ist. Wir haben uns gezofft, klar. Aber ich wollte mal hören, ob's dir gut geht. Das heißt, es wird noch schlimmer, bevor es besser wird und... Ich weiß, ich kann dir nicht sagen, was du tun sollst, aber... Bleib von der Nadel weg. Okay? Wenn du mit mir reden willst, ruf mich an und ich... Ich bin da, wenn du mich brauchst. Oh, ich möchte bitte... Ein Snicker. Was? Alles leer? Oh, Koffer. Ja, ich hätte gerne sechs Bier, sechs Whisky und was wollt ihr? Klar, das ist wie in einer Bierfrax. Hier ist eine in der Tasche. Und ein Koffer. Ich hab ein schönes Gewehr gekriegt. Jetzt sind sie wieder. Saufen, saufen, saufen. Mal gucken, was da hinten ist. Dahinten geht's mal lang. Sie sind ordentlich, nicht so wie in der Dark Zone. Oh, hier ist eine Kiste. Oh, eine blaue Wumme. Was hast du? Ein Rucksack. Ich hab eine Wumme. So, wollen wir noch gucken, was hier hinten noch ist? Oder ob hier noch was ist? Aber es sieht nicht so nah aus, dass hier was ist. Nö, hier ist ein Schalter. Können wieder hoch hin. Schade. Okay, gucken wir doch hoch. Die Zeitung, die hier rumfliegt. Die Blätter, ey. Voll geil. Oh, ich komm mich nicht durch. Ich hab keine Marke. Ich hab kein Ticket gezogen. Okay. Okay. War aber nett. Bestimmt, ihr hättet dann hier irgendwo mal weiter. Ja, ich hab den Schätzchen herfangs gehabt. Da rücken wir hin. Ich quatsch ihn an, ja? Mach du's! Wir sind hinter dir. Wir sind hinter dir. Wir sind hinter dir. Wir sind hinter dir. Los, los, los. Warte, wenn wir die Geisel rennen müssen. Ach das, ja, wo wir rennen müssen. Zeig, das hat sie getroffen. Was? Schlag die Flimme rein in die Flucht. Schuss mal es reicht. Warum schießt ihr nicht? Ja, wie schießt ihr mich? Schießt mich ab, ey. Das sind die Gottverdammten cleaners. Da fängt der Schuss. Sie hatten keine Schweiße wie die schlagen wir. Hey, danke für die Unterstützung. Zuck. Sind wir noch alle getötet? Mann, 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 hier ist ja nichts los. Gut. Okay. Ich denke, muss einer von der GTF mit deinen Klamotten nehmen. So, denk dran, hier kommen die jetzt runtergesprungen wieder. Ja, ich bin rechte Seite, okay. Okay. Vielleicht die Granate. Und alles, was die falsche Kaste hat. Falsche. So, wenn die Leih runterkommen. Kriegst du einen Tod? So, warte mal, wenn die jetzt alle runterspringen. Keiner darf er kommen. Keiner kommt hier leben dran. Null. Sag, geholst. Heiz den weiter ein. Jo, dann haben wir's. Ja. Alles, jeder recht gut hier. endlich auf vielen dank das war schrecklich ich muss so schnell wie möglich hier weg ist ich habe gehört die netten leutchen kommen alle wohlbehalten zurück ich werde ihnen ein leckeres Thunfisch-Sandwich vorbereiten hey mein Lieblingsschwurmgewehr aber guck mal hier der Fuß in der Wand ich war so gut wie tot bevor sie gekommen sind gut dass sie sich um den Madison Square Garden gekümmert haben hier in der Wand den Fuß oben raus Och egal was ist doch geil los ey cooler Back eiskalte Fieschen ja immer weiter Boah das soll passieren finde ich nur geil manche Sachen kommen ja echt cool so wenn wir mal Kärte gucken was wir hier noch haben da haben wir noch eine Aufnahme guck mal Wollen wir uns die Krallen die Aufnahme? ja wir machen heute mal so einen kleinen Nebenmissionen Ding und nächstes mal wieder eine größere Mission würde ich sagen ja ich freue mich wenn die anderen dabei sind das dauert ja leider noch ein paar Tage ja und wenn die ein und zwei dabei sind dann auch richtig mal Dankzahe das ist besser sie als ich hier lachs oh mein Gott hast du Aria's neues Video schon gesehen? Scheiße das ist total geil sie sieht so toll aus hast du gehört dass sie mit dem Sänger dieser schwedischen Band ausgeht? Was? Niemals! Och der ist so süß! Sein Haar ist göttlich! Ich liebe ihn so sehr! Händel sucht jemanden der die Wohnung von... Sie hört die findet mein Haar göttlich kann vomSech Neither Ich liebe ihn! Wir müssen jetzt bitte ein